Nummer 5 Unter den funkgesteuerten Rollladenmotoren mit Fernsteuerung für Rollläden sind 50 Newton pro Meter. Er kann Rollläden mit einem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm anheben. Dies ist das Modell ohne Rettungsmanöver. Die Fernbedienung zur Bedienung ist in Lieferumfang enthalten. Er ist mit 60 mm Standardwalzen kompatibel und der Motordurchmesser beträgt 45 mm. Das Stromkabel ist 1,90 Meter lang. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4 Es handelt sich um einen mechanischen Standardrollladenmotor ohne Notbetrieb. Er ist mit Rollläden mit einem Durchmesser von 60 mm kompatibel. Außerdem ist es ein zertifiziertes, normgerechtes Produkt, das leise und einfach zu bedienen ist. Im Lieferumfang des Rollladenmotors sind enthalten Kronen- und Rollenadapter, Sternhalterung, Splint und Anschläge, Enthandschlag-Einstellstab für elektrische Rollläden. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3 Er ist mit Rollladenwalzen mit einem Durchmesser von 60 mm kompatibel. Ein CE-zertifiziertes Produkt, das der EG Richtlinie 2006-95 entspricht. Er ist ein zuverlässiger, leiser und einfach zu bedienender Rollladenmotor zu einem günstigen Preis. Beinhaltet Enthandschlagstab, Kronen- und Rollenadapter, Sternhalterung, Splint und Halterung. Wir stufen ihn als elektrischen Rollladenmotor ohne Standard-Notbetrieb ein, da er nicht funkgesteuert ist. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 2 Rohrförmige Automatisierungsvorrichtung zum Heben von Rollläden jeder Art und jedes Materials mit einem Gewicht von höchstens 40 kg. Es ist jedoch vorzuziehen, den Elektrozug unter Nennbedingungen zu betreiben, d. h. ihn an Rollläden mit einem Gewicht von knapp 40 kg zu koppeln, um eine Überhitzung zu vermeiden und das volle Antriebsmoment von 20 Nm pro Meter bei einer Drehzahl von 15 Umdrehungen pro Minute zu nutzen. Es ist für Walzen mit einem Durchmesser von 45 mm geeignet. Aber ein achttäckiger Adapter ist in der Packung enthalten, um auch die Montage auf 60 mm Walzen zu ermöglichen. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Elektromotor zum Heben von Rollläden aus folgenden Materialien PVC Isoliertes Aluminium Stahl Nur für Rollen mit einem Durchmesser von 45 oder 60 mm geeignet. Es handelt sich um ein äußerst geräuscharmes und zuverlässiges Gerät der Marke Oede, das von eItalia vertrieben wird. Er ist einer der leistungsstärksten Motoren auf dem Markt und kann schwere Rollläden mit einem Gewicht von bis zu 100 kg anheben. Wobei ein Antriebsmoment von 50 Nm auf die Rolle wirkt. Das Paket enthält alles, was für die Montage benötigt wird. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt.